Alle Mitarbeiter zu erreichen ist für die interne Kommunikation eine große Herausforderung. Eine verlässliche Quelle für aktuelle Information ist für die täglichen Aufgaben ihrer Kollegen unabdingbar und in Krisensituationen entscheidend. Die Staffbase Mitarbeiter App ist eine Plattform für interne Kommunikation, mit der alle Mitarbeiter schnell und einfach auf dem Laufenden bleiben. Die App im individuellen Design ihres Unternehmens wird direkt aus den App Stores heruntergeladen, sowie die anderen Apps, die ihre Mitarbeiter täglich nutzen. Schauen wir uns einmal an, wie Sarah eine App von Staffbase verwendet, um ihre Mitarbeiterkommunikation zu verbessern. Mit der Staffbase Plattform kann sie Push-Benachrichtigungen und zielgerichtete Inhalte direkt an die Smartphones und Computer ihrer gesamten Belegschaft senden oder nur an Mitarbeiter aus einer bestimmten Gruppe. Auf diese Weise stellt sie sicher, dass Mitarbeiter nur für sie relevante Informationen bekommen. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. In dringenden Situationen müssen Mitarbeiter auch in der Lage sein, ihre Vorgesetzten und andere Kollegen zu erreichen, unabhängig von deren Standort. Und Sarah muss nachvollziehen können, wer bestimmte Informationen erhalten, gelesen und bestätigt hat. Dank sozialer Funktionen bleiben Kollegen untereinander in Verbindung. Inhalte können automatisch übersetzt werden, damit Mitarbeiter, die verschiedene Sprachen sprechen, auf dem gleichen Stand bleiben. Herkömmliche Kommunikationskanäle, wie das Mitarbeitermagazin, können teilweise oder ganz abgelöst werden, denn Informationen stehen nun in Echtzeit und interaktiv für alle Mitarbeiter zur Verfügung. Damit spart Sarah viel Zeit und Arbeit und kann stattdessen regelmäßig Inhalte über die Staffbase Plattform erstellen und veröffentlichen. So kann sie alle mit einem modernen und ansprechenden Medium auf dem Laufenden halten und ihre Kollegen können Updates lesen, wie, wann und wo sie wollen. Staffbase hilft Sarah nicht nur beim Erstellen und Veröffentlichen der Inhalte, sondern sie bekommt auch direkte Rückmeldung, wie ihre Themen bei den Nutzern ankommen. Im Experience Studio kann sie leicht Statistiken zum Nutzungsgrad und Engagement der Mitarbeiter einsehen. Alles in einer Übersicht. Und mit mobilen Statistiken kann sie unterwegs direkt Rückmeldungen darüber erhalten, wie viele Mitarbeiter ihre Updates gesehen haben. Mehr als 400 Unternehmen weltweit nutzen Staffbase jeden Tag, um ihre Unternehmenskommunikation neu zu erfinden. Staffbase kann schnell und einfach eingeführt und schrittweise weiter ausgebaut werden. Wirklich jeden Mitarbeiter zu erreichen, ist damit so einfach wie niemals zuvor.